Surren von der Art von Arakos So wollen wir die Lila anlasten Du hast aber echt gesehen Ja, warum nicht? Klar. Alle mal bitte einsteigen. Taxi fährt gleich los. Sitzt drin. Wo sind wir eigentlich? Das ist ja am schönsten, da muss ich ja kein Feld einfahren. Ich glaube ich krieg's gerade mit Angst zu tun, wie der wieder fährt. Wo ist eigentlich Knollix? Kommt der noch? Ich bin schon da. Der hatte gerade Schwierigkeiten mit zum Spielen. Er sagt Bescheid, wenn du... Ich bin über dir. Okay. Oh, fuck! Ich komm runter! Ich komm runter! Okay, wir werden sicher steigen. Hinter uns, hinter uns! Hinter uns! Hinter uns! Hinter uns! Wer ist denn da? Ach so. Tot! Das ist nicht zufrieden! Ich bin zurück! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Das ist tot! Das ist tot. Ich wollte gerade sagen, das hängt so ein bisschen komisch in der Luft im Brennen. Ja, das kannst du in dich entscheiden, runterzukommen. Jaja, Cravities für Anfänger. Hey da ist. Ah, ich treffe ihn sogar auf die Entfernung. Feindlicher Lighting. Ah, ich bringe da mal ein Fahrzeug mit. Ah, du? Ich? Auffassung in der Station, wo wir eben an das Sint von Trich. Ach, stimmt. Verdammt, ja. Komm, den Palam auf den Lighting Squad. Hm, komisch. Max-Einheit macht da keinen Schaden. Oh. Er hat nicht mehr viel. Und tschüss. Ja, schön. Achtung, oben. Infanterie? Nein, jetzt überlebt er noch hier. Ah, verdammt. Komm. Komm raus, Drixau. Wo ist unser Sonne? Ach, da. Vorsicht hinterm Hügel ist einer. Zumindest gerade noch gewesen. Ja, da sind zwei. Wollen wir nochmal zurück, oder? Jo. Johannes, stellst du den mal etwas näher an den, ähm... Oh, da hinter dem... Berg ran. Na, wo ist er denn? Scheiße. Ich muss kurz zum Fahrzeug einmal nachladen. Hey, die haben alle die Flare drin, das ist der Hammer. Okay, dann gehen wir nochmal hinter, oder? Boah, hier. Nimm den Zandra mit, oder? Ja. Ja, die wieder brauchen. Ah, aber ich hoffe, sie passt auf die Liberator-Saufe, ja? Irgendwo war nach Richtung Osten einer. Ist noch jemand außer mir, ne Max? Nein. Okay, dann bleib ich mal, Max. Ja. Zu früh. Pack den Mars-Vorzeug-Terminal. Oh, scheiße! Wo ist das Spawn-Leuchte von denen auf dem Dach? Oh nein, nein. Ah, okay, gut, da ist schon einer. Ja, ist einer, ist einer einfach. Ah, fuck. Was ist denn heute los? Wir haben ausnahmsweise mal Luft-Ambestetzung. Vorsicht, der hat C4. Der hat C4 irgendwo eingelegt. An den Zandra, ja. Der liegt irgendwo C4. Wenn's einer sieht, kann er's abschießen. Das reg' ich aus. Ich hab's bisher immer nur gefunden. Aufs Dach kommt einer hoch. Der ist noch. Gott, bin ich schlecht. Hast du den vom Dach runtergepustet? Na. Ach komm ey, wir sind gerade im Gebäude. K0X war's. Hab dich gerechnet. Ah, da kommt wieder einer aus Spawn raus. Ach, hat einen Hit. Richtung Norden. Vier Flugzeug über uns, so. Kack. Blöbe. Frank, lebst du da hoch? Ich leb ja. Hast du Reparatur? Ne. Wir sind jetzt zwei hier wieder raus, Richtung Norden. Hier irgendwo bald kommen. Hey, ich komm mal zu euch. In dem Gebäude ist es mir zu gefährlich, ja. Ja. Wir haben ja auch gut Luftunterstützung. Einer ist weg, jetzt kann ich Repairs bauen. Uh, kann er werden. Einer versucht, hier durchs Dach zu fliegen. Das war einfach zu blöd. Ja. Ey, wir haben richtig Luftunterstützung. Das ist ja egal. Ja, es geht richtig ab hier. Und die Jungs haben es auch noch halbwegs drauf. Wie es richtig sehen. Ja. Unglaublich. Ungewöhnlich vor allem. Sitz da rein. Unglaublich ungewöhnlich. Okay, der kommt dabei. Komm, treff, 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 treff. Der Stefan ist zurück. Ist ab sofort Niveau- und Kommunikationsbeauftragte der Kack-Knops. Oh, schön. Ich wollte schon mal den Auftrag auch. Also, es ist Niveau-Signance-Bodenlose, meinst du? Ja, gepflegte Diskussionsrunden muss er führen. Gibt es extra Third Points? Ja. Dann mache ich da mit. Dann. Ich durfte keine Konkurrenz neben mir. Ich durfte keine Konkurrenz neben mir. Mich leuchtet, ich könnte das. Achtung, unten. Ja, Mann. Sorry. Auf dem Dach von denen. Da liegt einer. Ich weiß nicht, ob es der war. Ja. Hat eigentlich einer von euch Muni-Trop? Ich kann dir was irgendwo hinschmeißen, wenn du mir sagst. Komm zu euch. Ich droppst beim Sundera oder Baa. Mir egal. Ich könnte hier eine Granate hinwerfen. Bitte genau vor die Füße. Ich könnte auch Muni-Tropen. Da, liegt er. Eigentlich keine schlechte Idee. Micha, ich schmeiß dir mal ein paar Patronen zu, okay? Einzeln. Nacheinander. Ist klar. Eine schnelle Abfolge. Warum ist da noch so ein roter Punkt? Fehler. Sicher? Fahrzeug. Rote Punkte sind bei mir, äh. Andere, über... äh, über uns nicht. Hat sie da in Richtung? Im Osten. Im Totenlenker. Da greifen wir nicht. Im Norden. Im Osten ist ein Flugzeug, genau. Geht hinter irgendein Berg ein roter Punkt. Na, wurscht. Fühlt sich neu stehen. Manchmal spinnt das halt, ja. Aber... Hm, naja. So eine kleine rot-graue Schwäche. Manchmal spinnt auch der Anwender. Ausgeschlossen. Du weißt doch, das ist immer der PC oder das Programm. Schu mal. Nee, es ist immer das Netz. Ich dachte, das ist immer der Anwender. Naja, egal. Na gut, es ist das Netz. Wenn wir uns auf Layer 8 einigen. Okay. Achtung, Heavy Tank. Panzerschön. Da unten ist noch einer. Also westlich von uns. Oh. Ach, hast du den? Wow. Nochmal drüber fahren, nochmal drüber fahren. Ich glaub, ich bin über den eigenen Mondauer mitfahren. Nee, nee, der ist rot. Der war nicht tot. Der war nicht tot, nee. Ich glaub, es geht aber. Stell dich mal hier hinter den Stein. Geil! Hier rechts. Warte mal. Nimm das mal bitte auf. Direkt hinter uns zwischen den beiden Felsen. Macht grad nen Plan. Ja, ich kann hier nicht deployen. Ja, hier hat's schon jemand deployed. Nee, ich seh nichts. Ach shit, dann seh nur ich das. Nee, nee, ich hab ihn noch gesehen. Der Tränen passt mal da. Nee, ich hab die eigene Hand raus. Ich glaub, wenn's so weitergeht, kannst du gleich, ähm, jetzt kannst du deployen. Der Sander ist in Luftfloh. Ja, dann siehst du den gar nicht, Micha. Das ist natürlich blöd. Ach, komm, komm, sag! Unter uns, Frau Geiler. Ach shit, der hat mich. Ja, in dem Gebäude drinnen, Penner. Ah, ich glaub, der ist tot da, der Panzer. Ja. Der ist tot. Ah, scheiße! Ich bin zu dem zu langsam genug. Nett von Sander. Ja. Alter, das hatte ich in den Spiel aber noch nicht gesehen, dass hier irgendein Panzer einen lustigen Breakdance vor... Achtung, Lloyd Infantry auf dem Weg zum Sanderer. Mh... Mh... Buh... Auf dem Weg zum Sanderer über die Berge. Okay, leider haben wir uns draufgelegt. Oh shit, das Ding ist kein Rimmarsch. Oh, scheiße. Der Punkt wird wieder übernommen. Ah, man sollte nicht stehen bleiben. Erflixt. Meine Fresse, die mögen das Ding aber überhaupt nicht. Hehehe. Da geht's ganz schön zu in dem Eck. Vorsicht, Oli. Ja, ja, ich versuche den Sanderer an jedem zahlen. Kein Scharpschitz, ne? Heavy. Auf dem Dach rennt wieder einer rum von denen. Rechts von euch auf dem Felsen ist gerade eine Leiter gelandet. Ach so, Granate. Die kommt gleich um die Ecke. So. Okay, ich hab's ja aufgehalten, die Granate. Sehr schön. Das ist ein bisschen ungünstig. Hier stehen wir. Das ist ein bisschen ungünstig. Noch eine Leit. Ringfügig. Der übernommen Punkt ist jedenfalls genau auf der anderen Seite. Noch eine Leit. Ey, das ist der eigene. Hey, was treffen die denn? Gibt's doch nicht. Oh, ey. Bestimmt, das sind ja die blauen Knips. Oh. Eber A sind alle tot neu. Ich leb noch. Ah, scheiße. Mehr oder weniger. Der kam von hinten. Verdammt. Nein, von vorne. Die Drecksau. Boah. Ich komm mal zu A. Ja. Der Typ sagte grad feindlich erst an. Uah. Aber der hinterher ist eine falsche Klasse. Tot. Zumindest laufen da jeder Menge rum. Ja, aber nicht von uns. Doch. Eben. Wir stehen da. Die sind alle tot. Hallo, da sind jetzt acht auf dem Dach oder so. Ja, da sind jeder von uns unterwegs. Ja, aber vom Gegner sind auch einige auf dem Dach. Uah. Aber was ist denn das? Da steht ne Max. Ich kann das Ding auch umsetzen. Uah. Voll gegen Felsen. Ja. Man sollte da nicht stehen bleiben. Da ist schon wieder einer auf dem Berg. Johannes, fahr mal deinen Sunderer zu mir. Ah, ober. Krassisch den Heavy Tank. Der wird hier von vier Leuten geheilt, ne? Ja, repariert mal. Ich muss da schön aufpassen. Fuck. Zieh den mal zurück. Zieh den mal zurück. Da sind zu viele Heavy Tanks aus oben. Ich fahr auf der anderen Seite lang. Das ist ne schlechte Idee. Nördlich steht noch einer. Also sie können noch... Nördlich steht einer. Ah, hier steht der einer. Ja. Ja. Aber stellen... Ja. Stellen mal als Ablenkung unseren dazwischen. Ja. Ja.